Oh mein Gott nein, die schießen mit Pfeilen. Sehr gut, okie dokie. Oh, und wir haben die Schüsse gefunden, let's go, sehr gut, müssen wir was hier mitnehmen an Gold, ich habe wieder so eine versteckte Tür oder so, nein hätte sein können. Ok, jetzt wieder zurück, jetzt können wir da rein, kann man hier unten noch was machen? Oh, was jetzt? Oh mein Gott, was hier, was ist jetzt, was ist jetzt, was ist jetzt? Ihr wollt mich doch verarschen. Oh, die Nerven sinken. Boah, ich habe kurz einen Herzinfarkt bekommen bei so vielen von diesen kleinen Dingern. Oh Gott. Wir müssen aber auch schon Angst machen hier. Ok. Oh, direkt mal wieder. Was ist das, ein dicker Fisch? Ich habe einen dicken Fisch, ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Eine Idee, den da reinschmeißen. Wo gedacht, den dagegen werfen da innen drin, aber ich wüsste nicht wo. Das ist ja Futter für irgendjemanden. Da rein. Der ist da reingerufen, hat aber nichts gebracht. Da kann man irgendwie hin, da ist nämlich nur ein Schlüssel. Also mit dem Dings kann ich da hin, aber dann habe ich ja kein Wasser. Also ich kann nicht durchs Wasser gehen. Ich kann nicht durchs Wasser hier gehen. Könntest du nicht in der Erde irgendwie sowas bauen, dass das Wasser abfließt? Ne. Ok. Vielleicht kann ich irgendwas ziehen oder so? Ist doch schwer zu sehen da hinten jetzt. Der wackelt aber. Rein theoretisch kann man den saugen, aber ich komme nicht da dran. Ne. Ne, und schon ist der weg. Mist, warte mal. Ist das irgendein Trick von hier, der Seite? Kann ich hier irgendwas machen? Ach, guck mal an. Ich bin hier. 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 Schnell, 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 Luigi! Sorg das Ding doch! Oh Gott, wir haben es geschafft! Oh Gott, der hätte uns zerquetscht mit Stacheln! Okay, nice! Ist schon geil gemacht, ist schon ein Hammer-Spiel, muss ich schon sagen, nice! Oh mein Gott, das Ding da oben beobachtet uns! Was für ein Ding? Oh mein Gott, da, hier kann ich das machen! Oha! Hast du das gesehen? Jaaa! Vergrößer dich, oder? Jaaa! 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 Hm, wie soll ich das denn machen? Hm! 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 Geh mal! Geh mal zum Rad wieder! So, vielleicht, warte mal! Geht das? Jaaa! 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 Ich bin trotzdem getroffen worden! Ich bin trotzdem wahrscheinlich! Hey! Ich will nicht! Ich bin doch! Der hat einfach eine dicke Nase! Mann! Seine dicke runde Nase ist getroffen worden! Mensch! oh mein gott was jetzt wenn ich da hochgehe werde ich direkt getroffen ne bis hierhin kann ich gehen ok dann muss ich das ding jetzt ziehen warte mal da ist kein wagen wie kriege ich den wagen dahin was kann ich denn rüber ziehen kann ich ihn nicht vielleicht könnten die türen kann ja auch nicht gehen ich habe eine idee hatte ok ok es kommt Oh, was ist das? Kannst du die kleine? Okay, das ging schnell. Okay, die sind ja auch viel süß. Die kleinen, ne? Ja, oder? Ja. Muss man ja mal sagen. Oh mein Gott, was jetzt? Oh mein Gott, was jetzt passiert? Oh mein Gott. What the fuck? Oh, da hast du mal gerade beim Glück, der beim Zweig. Oh, ne, geh weg, du Fledermaus, ey! Krass. Dicke Nase werde ich getroffen, Vapierfledermaus sagt mir das Blut aus. Was sagt sie durch? Hm, gar nix. Wo ist das hier in Türen? Oh! Uh oh! Tidididididing! Nice. Komm schon, komm schon. Goldbarren, juhu! Können wir sonst irgendwas machen? Mit den neuen Statuen hier? Nee. Ah, hier kann man mich dann wieder den umhauen. Oh mein Gott, mir das ist überhaupt nicht gut. Hier gab es gerade Herzen und zwar drei Stück. Oh, ne, 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 ne. Oh Gott. Ja, ja, jetzt geht's ab. Shit, ich bin in diese Arena. Na, jetzt kommen bestimmt Gegner ohne Ende. Du hast es schockiert. Oder der direkt. Kommt der? Oh, der geht in eine Rüstung rein. Mit einem Pferd. Okay, der übertreibt sein Leben. Der ist so riesig als Smoothie. Ich muss gucken, da ist die Schildtreppe von ihm. Ich muss glaube ich das Schild treffen von dem. Ah, damit du ihm bleiben kannst. Weiß ja nicht. Wie soll das funktionieren? Weiß ich noch nicht ganz genau. Weiß ich noch nicht ganz genau. Weiß nicht genau. Ah, der lässt immer so Sachen. Da kommen so Pfeile. Ah. Wenn er dich angreift, dann zeigt er kurz seinen Kopf, dann musst du ihn blenden. Und dann? Dann kannst du ihn da... Ah, ja, ja, okay. Ich sehe es, ich sehe es. Was ist das? Ah, hat nicht funktioniert. Okay. Okay, ich habe ihn einmal getroffen. Ja. Zweite mal getroffen. So langsam könnte er aber seine Rüstung mal verlieren. Okay, dritte mal getroffen. Langsam rastet er aus. Ich weiß nicht, wie er hier noch treffen muss. Oh, jetzt kommen wir aus drei Dingern kommen, Pfeile jetzt. Müssen aufpassen. Oh, diesmal ist er nicht stehen geblieben. Nochmal Pfeile. Okay, ich bin getroffen worden. Wie oft denn noch? Viermal habe ich ihn jetzt schon getroffen. Vielleicht muss ich ihn fünfmal treffen oder sechsmal gucken. Das mit den Pfeilen ist nervig. Mann. Jetzt kommen die Pfeile wieder. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. So, nochmal fünf. Und immer noch. Wie auch, wie muss ich ihn treffen? Fünf Pfeile kommen, wenn ich ihm noch einmal rauskomme. Nee, volles Laden habe ich keine Zeit für. Das ist genau dasselbe. Okay, ich habe ihn sechsmal, war es einfach nur. Okay, jetzt ist er angeschlagen. Achso. Oder ich muss es immer mit vollem Laden machen? Ich weiß nicht genau. Oh, nee, jetzt macht er fünf. Nee, nee. Fünf Pfeile. Jetzt wird er aus. Oh, er hat mich. Fuck, er hat mich. Das war überraschend. Ich bin gerechnet. Ich bin gerechnet. Oh, er hat mich. Ich bin gerechnet. Ich bin gerechnet. hinten bringt gar nichts ich habe versucht der mensch herzulaufen hat nicht funktioniert aber ich dachte eigentlich dass ich erfolgreich bin weil da immer mehr falle ich weiß nicht ob ich ihn treffen muss was ich habe ich alles richtig machen wir müssen sich aber erst richtig machen mit dem kampf gegen ihn hier aber er schießt auf jeden fall schneller seine feile und mehr machen mehrfach es auf jeden fall sauer nein ich weiß ich kann ja auch nicht so schnell irgendwie die steuerung ist auch bescheuert zwischendurch man kann nicht so gut hin und her lenken wie ich das gerne hätte boah das viel zu schnell wie hätte ich ihn da kriegen sollen das war es sieben mal muss ich ihn treffen oder acht mal oder sowas holy fuck oh mein gott er macht mich jetzt echt fertig gerade was macht er denn zum blöden sturm jawohl wärme jetzt go was war ein harter kampf wieder ein krasser gegner jawohl ein paar herzen und dann sehr gut abonniere mal Untertitelung des ZDF, 2020